Ja, hallo, hier ist euer Gülükmarkt. Unser Preisupdate am Dienstag, Leute. Wir haben schön aufgebaut. 6 Minuten Video. Also, gehen wir mal durch. Was haben wir hier? Fangen wir an. Hier haben wir schöne Äpfel da. Rote Äpfel. Wir haben hier auch einen gelben Apfel, einen goldenen Bibliotheus. 99 Cent. Unsere leckeren Pappelmusen. 5 Stück für 2 Euro oder 10 Stück für 3 Euro. Wir haben auch einen für 99 Cent der Speedup. Goldkiwi in der Schale. So was kostet uns 1 Euro diese Woche. Kiste Clementine habe ich hier schon. Schaut mal, da ist ein 6 Kilo drin für ein Pümbatt. So, tolle Granatäpfel. 12,50 Euro die ganze Kiste. Könnt ihr natürlich aber auch einzeln kaufen. Haben wir da vorne aufgestellt. So, Clementine hier in so einer 2,3 Kilo Kiste kostet bei uns 2,99 Euro. So, hier haben wir nochmal einen Weinbus. 79 Cent das Stück oder 3 Stück für 2 Euro. Auf große Früchte. So, Feintrauben haben wir hier rot und kernlos. Sind 4,5 Kilo drin für 4,99 Euro. So, hier haben wir einen Angebot mit Ananas. Guck mal, schöne Früchte, schönen Brot. Das Stück für 1,99 Euro. So, komm mal mit. Föchse Clementine hier, 2,99 Euro. Sehr, sehr lecker. Hier haben wir die Schoko-Orangen für 2,99 Euro. Und hier haben wir die Marke Vitamina, Leute. Das ist eine richtig schöne Ware. Sehr lecker, sehr saftig. Sollt ihr probiert habt, 3,99 Euro. Bisschen teurer als die anderen, aber dafür auch richtig was Feindes. So, hier haben wir die Bratgeladie, 2,99 Euro. Die Bratgeladie, 2,99 Euro. So, da gehen wir gleich nochmal hin. Zitron. Und, Leute, schaut mal. Beutel voll Zitron für 1 Euro. So, Sherry-Tomaten haben wir hier Schale 1 Euro oder 3 Schalen 2 Euro. Und hier haben wir einen schönen Blumenkohl, ganz frische Ware, 1,79 Euro. So, hier haben wir Bundkwürn bekommen. Das ist wirklich ein großes Bund. Das Bund für 1 Euro oder 3 Bunde sogar für 2 Euro. Hier haben wir unsere Bauernburken. Da kosten 4 Stück. Ja, 4 Stück kosten 1 Euro. So, frischen Kühlkohlen wieder reinbekommen. Normale Tomaten, 1,50 Euro. So, der Hübschner. Dicke Nabelorangen haben wir hier. 15 Kilo in der Kiste, 17,50 Euro. Hier haben wir auch nochmal Nabelorangen. Wischen kleineres Kaliber, macht nichts. 15 Kilo für 10 Euro. So, die Honigananas haben wir natürlich auch diese Woche wieder frisch reinbekommen. für 3,99 Euro, das steht. Super Qualität. Und hier haben wir nochmal ein kleines Angebot an Blaubeeren. Die Leute, schaut mal, das sind 250 Gramm Blaubeeren für 99 Cent. Oder haben wir hier Erdbeeren, die Schale für 1,39 Euro und 2 Schalen für 2,50 Euro. So, und das war es erstmal von mir. Jetzt drehen wir die Kamera. Dann wisst ihr, wer der Kameramann ist. Hier, Janni. Grüß dich. Auch diese Woche wieder tolle Sachen. Faddi hat ja schon zwei Obst, Gemüse, jede Menge besorgt. Schaut Leute, diese Woche aus dem Regenwald, das Kassler Tier vom Lachs diese Woche, 4,29 Euro. Also, nicht 4,99 Euro, machen wir die Woche 4,29 Euro. 4,29 Euro, keiler Preis. Dann haben wir Schweine Nacken für 4,29 Euro, Schweine Lachse lassen wir 3,99 Euro. Schaut, große Stücke. So, und dann haben wir hier was gemacht. Haben wir wirklich hier mal was gemacht. Schweine Filet, komplette Filet, das Kilo nur 5,99 Euro. Also ihr seht, das habe ich da, 5,99 Euro. Top Preis. Würstchen noch, Dockwurst, Drahtwurst, Blunkwurst, Knacke. Solange der Vorrat reicht, denke ich an unsere Schuppenmilch. Jede Menge wieder. Ja, also. Preisabdicht. Genau. Wir melden uns wieder. Wir melden uns morgen oder übermorgen auch nochmal wieder. Ihr seht, es ist alles wunderbar schön aufgebaut hier. Frische Ware, tolle Preise. Leute, auf Wiedersehen. Bis dann. Danke. Tschüss.